Du hast noch weitere unverhoffte Popularität erlangt in der vergangenen Saison mit dem Motivationsvideo, das glaube ich alle Arminia-Fans irgendwie 10 bis 100 Mal gesehen haben. Kannst du vielleicht nochmal beschreiben, wie es an der Zeit dazu gekommen ist, was hat dich angetrieben, diese Rede zu halten und wann und wo bist du drauf gekommen, das so zu machen? Ja, also ich gehe eigentlich immer einen Tag vorm Spiel baden, zu Hause ganz in Ruhe, mache mir nur mal so Gedanken, wie das nächste Spiel halt so laufen soll. Man muss sich auch immer so ein bisschen nochmal vor Augen führen, in welcher Situation wir vorhin im Braunschweig-Spiel waren. Wenn wir verloren hätten und Würzburg hätte gewonnen, dann wären wir an dem Tag zu Hause abgestiegen und ich hatte irgendwie das Gefühl, wir müssen irgendwie noch was Besonderes machen und dann hatte ich eigentlich so die Idee, die Spieler nochmal zu packen in dem Sinne, dass sie halt einfach quasi für ihre Familie nochmal rennen. Und ja, dann habe ich an dem Abend Katrin Meier geschrieben, ob sie in der WhatsApp-Gruppe der Frauen ist. Weil ich wusste, ich habe das mal gehört, dass es halt da so eine Gruppe gibt und dann hat sie auch geschrieben, dass sie da drin ist und dann war für mich klar, okay, ich hatte dann so diese Vision, dass wir quasi die Rede irgendwie aufnehmen und dann halt wirklich dann vorm Spiel den Frauen schicken, dass die Spieler quasi ihrer Familie versprechen, alles zu geben. Das war so der Eckpfeiler, den ich jetzt so für die Besprechung hatte. So etwas kann man ja nie vom ersten bis zum letzten Wort auch so planen. Ich habe aber keinen involviert. Ich bin eigentlich im Hotel dann ein paar Stunden vorm Spiel, da bin ich zu Sami Rabi gegangen und habe gesagt, ich mache heute was anderes, aber du musst mir versprechen, dass du mich nicht rausschmeißt. Und er hat mir die Hand gegeben. Dann habe ich Jeff Sabene gesagt, dass ich heute was anderes machen werde. Und er hat auch gesagt, okay, mach. Und dann habe ich Katrin dann kurz vor der Besprechung informiert, dass sie bitte die Besprechung halt aufnehmen soll. Und da hatte sie schon Gänsehaut. Und dann habe ich gesagt, okay, du sollst es aber vorm Spiel den Spieler noch schicken. Und ja, dann hatte sie noch größere Gänsehaut. Die Intention war halt einfach dabei, dass die Spieler können ja vorm Spiel nicht einfach noch auf die Tribüne gehen und sagen, ich spiele es heute für dich. Sondern es musste irgendwie so laufen, dass es halt über andere Wege zu den Frauen gelangt. Und das war nicht so diese Intention. Ich wollte nicht, dass es nach draußen kommt. Die Gefahr bestand natürlich. Aber ich hätte mich mehr gefreut, wenn es halt einfach intern gewesen wäre. Auch, dass dann später Leute, die diese Besprechung bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht war oder dass man da Kinder erwähnen darf oder wie auch immer. Das hat mich schon so ein bisschen gestört, weil das war nicht die Intention. Es ging einfach darum, alles aus den Spielern rauszukitzeln. Und deswegen habe ich auch danach auch nirgendwo was gesagt. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt darüber spreche. Also ich hätte mich mehr gefreut, wenn es halt einfach bei uns geblieben wäre. Und okay, jetzt ist es so, wie es ist. Ich nehme das jetzt auch so hin. Aber ja, das war so der Hintergrund eigentlich für diese Besprechung. Das mediale Echo anschließend war enorm. Was hat das mit dir gemacht? Hat dich das eher so ein bisschen verstört? Ja, das ist ja für mich das erste Mal gewesen, dass man dann auf einmal, ich sage mal weltweit, auf einmal, ja, dass das weltweit Leute gesehen haben. Und ich wurde auch natürlich häufig darauf angesprochen bis jetzt. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele Leute mich schon gefragt haben, ob ich irgendwo mal eine Besprechung halten kann oder so. Das ist, ja, manchmal ist es halt echt sehr, sehr krank. Aber ich habe bis jetzt alles abgeblockt. Und das werde ich auch weiterhin so machen, weil für mich geht es ja eigentlich nur um die Sache an sich hier bei Bielefeld. Und für mich war jetzt nicht die Intention, irgendwie bekannt zu werden oder bekannter zu werden. Und von daher war es schon heftig. Und ich hoffe, dass es einmalig bleibt. Die Frage, die man sich natürlich stellt, ist, wie oft kann man in einer Saison eine Rede wie diese halten? Nutzt sich sowas ab? Ist das einmalig? Ja, das ist mit Sicherheit einmalig. Aber das war nicht die erste Besprechung, die ich gehalten habe. Und alle Jungs, glaube ich, die schon mal mit mir zusammengearbeitet haben, wissen, dass ich da auch variabel bin. Und es geht immer um bestimmte kleine Faktoren, die man so mit einbringt und was einem so vielleicht in der Trainingswoche aufgefallen ist. Und das versuche ich eigentlich immer so ein bisschen so mit einfließen zu lassen. Aber es gibt auch ruhigere Besprechungen. Es gibt solche Besprechungen. Und ich lasse mich da eigentlich immer ein bisschen treiben. Wie gesagt, einen Tag vorher in der Badewanne kommt dann eigentlich so die Idee. Und dann lasse ich einfach laufen. Wir sitzen jetzt im Materialraum von Arminia Bielefeld hier im Trainingslager. Und zwar auf einer Kiste. Carsten, ich glaube, so eine war es auch da in der Kabine, auf die du dann draufgeschlagen hast, bevor es mit Braunschweig oder gegen Braunschweig losging. Ja, genau, es war eine ähnliche, genau. Danke fürs Gespräch. Gerne.